Das war die Verteidigung. Willkommen, ihr Irren. Willkommen an Bord von Gravity. Aber jetzt bist du unserer Maschine uns den Elementen vollkommen ausgeliefert. Von nun an gibt es kein zurück mehr. Wir enthüllen dich, der Schwellendorf und jagen deine Wulst ins Unendliche. Wir können deinen Herzschlag schon hören und spüren deine Angst. Du erlebst jetzt einen erfüllenden neuen Trip mit absoluter Highspeed. Die E-Hälfte unserer Maschine werden dir den Atem nehmen. Die E-Hälfte von Gravity sind die E-Hälfte der Erste. Die E-Hälfte der Einst du schießt! Die E-Hälfte der E-Hälfte der Erste. Alle sind die E-Hälfte der Erste. Alles so. Jetzt geht's los. Dann fangen wir mal 20 Meter an. Alles Wolltüber, ebenso lieben. Und schon mal 20. Wollt ihr alles nach Hause? Achtung, fertig! Und ich nehme mal 30 Meter. Wollt ihr alle? Wollt ihr ja. Das war's für heute. Wie schaut es denn aus an? Wollt ihr noch mal? Ja! Ich sage, dass es viel zu leise ist. Wollt ihr noch mal? Ja! Wollt ihr noch schneller? Ja! Na, was? Na was ich? Sehr, sehr, sehr. Sehr, sehr, sehr. Ja! Jau. Ja! 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 Untertitelung. BR 2018 Vielen Dank. ARD Text im Auftrag von funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020